Wo bleibt eigentlich Jascha? Ich weiß nicht, der holt mir irgendwas. Hm, hier ist es aber ganz schön warm. Oh, ich will zocken. O.M.C.G. Jungs, was machen wir eigentlich für einen Filmmann für dieses Filmfestival? Ja, Mann, ich hab eine echt gute Idee. Lass mal eine Cobra-Elf-Parodie drehen. Wie wär's? Los, an die ganze Zeitung, in denen du bist nicht, Mann, du warst schon! Ja, na klar! Ja, wo ist er denn? Der ist doch nicht! Der ist der Redner! Oh, der! Schreibstum, eine Missivate! Oh, der Ville! Ja, ich habe für dich. Nein, das ist dumm. Wir machen einen Film über... von einem Jungen, der den ersten Schultag am MCG hat. Das ist doch was, oder? Handy her! Handy her! Amen. Handy her! Äh, wie ist die Idee nicht so geil? Ja, was denn sonst? Ja, keine Ahnung, was ist mit ein bisschen Action oder so? Ein Einbruch oder irgendwie sowas. Ich finde die Idee viel besser. Ich finde die Idee, dass wir uns nicht so schnell machen können. Ja, ich finde die Idee, dass wir uns nicht so schnell machen können. Ich finde die Idee, dass wir uns nicht so schnell machen können. Und dann? Und dann? UNTERTITELUNG Was hast denn du für eine Idee, Jascha? UNTERTITELUNG 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 Musik Ja ok, los, dann mach jetzt Scheiße, man, hast du dir mal gedacht? Und dann los? Los Scheiße, man, hast du dir mal gedacht? Na klar, und los? Ok, los Das sind ja jungen Menschen, mach dem System der Leں Was ist denn da? Silvia, Achtung mit Akkusläher! Was ist das so mitgekommen? Ja, okay. Jungs? Kasia! Was ist das denn? 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 Was ist das denn?